Ja, kämpfen, kämpfen, abseits aufpassen. Ja, gut gemacht. Was ist los? Wer ist Champion? Ja, wir. Wir? Hier? Okay, hier. Sehr gut gemacht. Hände, 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 bitte. Sehr gut, Mann, sehr gut. Und Kopf, ja. Nein, nicht langer Schritt. Der letzte Schritt ist ein Jubel. Arbeiten, bitte. Arbeiten, bitte arbeiten. Jedes Mal machen wir Ballkontrolle und dann arbeiten wir Ballführen. Und Ballführung, nicht Ballführen. Bitte, Mann, ich möchte Tor gucken. Bitte, geht schon. Ja, ja, ja. Gott sei Dank. Noch, 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 noch. Aufpassen, abseits. Es gibt keine Abseits. Noch. Gut, Ilias. Möchte sie ein letzter? Ja. Okay, geht schon. Gut gemacht. Aufpassen. Ja, gut gemacht. Sehr gut gemacht. Noch wieder warten. Gut gemacht. Vielen Dank. Gut gemacht. Seitlich. Gut, Krozober. Junos, tiefe Position, boge in die Knie am Vorderfuß. Gegen Ball, immer gegen Ball. Dribble, dribble. Ja, noch dribble. Ja, gut gemacht. Okay. Timo, tief rein, warte. Neuer kommt. Immer dann raus. Genau, ihr beide überzeiget dann raus. Aufpassen für abseits. Bitte, Timo. Abseits. Ja, pass auf. Ein Licht ist aufgegangen, dass Fluchtlicht brennt. Das ist der erste Abend mit Fluchtlicht. Ja? Ist das der richtige Satz? Ja. Wir haben schon Fluchtlicht. Das ist mein bester Freund. Philipp. Und sein Vater. Stefan, wo bist du? Don Strami. Hey, bester Coach. Ja. Jetzt machen wir schon ein Video. In Bulgarien, Leute, glauben nicht, dass ich kann hier kommen, aufmachen. Jetzt, zwei Euro. Gebe ich, weil ich möchte zwei Bier trinken. Was trinkst du? Pax. Pax. Ich und meine Freundin Stefan trinken Pax. Ich habe schon bezahlt. Und muss. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.